Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mickey Blue. Findet neuscheißer, der wieder neuscheißer ist für euch. Und zwar zeige ich euch in diesem Video die neuesten GTA Plus Vorteile. Bedeutet, habt ihr eure Playstation 4 Accounts oder Xbox Accounts auf die neueste Generation, zum Beispiel Playstation 5, übertragen, könnt ihr dort nicht nur fette neue Grafik erleben, sondern ein GTA Plus kaufen, 5,99 kostet das Ganze im Monat. Dafür habt ihr viele Vorteile vor allen anderen Spielern und ihr habt auch viele Vorteile, die nur ihr habt. Hier zum Beispiel dieses Mal bis zum 1. Juni habt ihr den Grotti Brioso free statt 155.000 GTA Dollar. Das HIO Verbesserungspaket ist für euch auch free. Ich glaube, das kostet normalerweise auch nochmal die 300.000 oder was das ist. Schreibt es in die Kommentare. Und ihr habt diese beiden Designs auch schon free, beziehungsweise könnt sie anklicken und sind free. Denn die ganzen Vorteile, dass zum Beispiel man den Brioso mit HIO tunen kann, mit HIOs Tuning teilen, diese Vorteile habt ihr schon mal vor dem fünften, denn alle anderen Spieler bekommen das ab dem fünften, aber dann halt nicht free, den Brioso. Und auch die Designs sind nicht free. Hier zeige ich nochmal, wie das ganze Ding aussieht, wenn ihr es aufgerüstet habt, beziehungsweise wie das Design aussieht. Und wie gesagt, hier schon mal ordentlich gespart. Zusätzlich HIOs Tuning Verbesserung gespart. Und dann die Designs auch gespart. Zusätzlich gibt es noch weitere Vorteile, zu denen ich gleich noch im Video komme. Aber der Brioso, ich meine, der ist dieses Mal nicht so viel wert wie letztes Mal der Devista Eid, weil der war richtig fett teuer. 2,5 Millionen habt ihr dort gespart. Und deswegen finde ich, ist GTA Plus nicht schlecht. Nicht nur, dass ihr Vorteile vor allen anderen habt, sondern ihr habt vieles free. Dann unter Dynasty 8 könnt ihr unter den Agenturen diese Agentur free bekommen, statt für 2,4 Millionen. Bedeutet, ihr spart hier auch schon wieder 2,4 Millionen. Zusätzlich habt ihr gratis Tapeten. Klingt lustig, ist aber so. Hier spart ihr auch nochmal knapp 200.000, 300.000 GTA Dollar. Weitere Vorteile sind Split-Tarnung für den Übermacht Cyper. Wenn ihr das Ding habt, könnt ihr euch die gratis abholen. Die rote Wirbelhausjacke. Auch nice scheiß, wenn man schön luxuriös durch die Gegend laufen will. Des Weiteren übergroße rote Sonnenbrille. Auch verfügbar nur für GTA Plus Leute. Free beziehungsweise schon vorher. Rote Armreifen auch. Also wer nochmal rote Armreifen braucht, beziehungsweise auf rote Accessoires steht, der ist hier genau richtig. Dann gibt es doppelt GTA und RP im Gegnermodus Card Crash. Falls ihr das immer gerne zockt, könnt ihr dort ordentlich abräumen. 50% mehr GTA Dollar und RP für Nachtclub, Lagerhaus, Verkaufsmissionen. Also wer das alles gerne zockt, kann hier ordentlich abräumen. Zweimal GTA Dollar für Security Aufträge. Vielleicht muss der eine oder andere noch ein paar erledigen. Deswegen da auch nochmal ordentlich abräumen. Und wie immer, fette, fette Rabatte. Also 15% Bonus auf alle Shark Cards. Das heißt, 5,99 Blechen im Monat. Viele, viele Vorteile und Rabatte genießen. Ohne euch bin ich nichts, nur zusammen mit dem Mickey Blue.